Klapp, Leute, Moduzzi. Ich hoffe, gestern hab ich mal in der Radio sehen. Ah, schon wieder, ey, alle. Schon wieder. Schon wieder, ey. Ich hab dich. Der hat einfach gerade meine Aufnahme gefickt, alle, ey. Jetzt kommt der nächste Freestyle. Meine besten Fans überhaupt, alle. Jetzt kommt mein Auto, die unter Vertrag ist. Komm, gib ihm. Moduzzi ist der Beste, denn er ist mein Bro. Und ich hab ihn heute einmal wieder. Oh, f*** you, you, you. Ich muss auch wieder haben. Wo bist du denn? Oh, ah. Ich bin. Ihr wisst bescheid, nur Duzzi. Black Panther, Frankfurt, offenbar. Meine Sachen gibt's jetzt online zu verkaufen. Tja, das heißt, Leute. iTunes, Spotify. Und so weiter. Runterladen. Ihr wisst bescheid. Rumpel kriegt von mir auf jeden Fall heute auch eine... Ungefähr, nee, locker, locker. Wenn du umrechst, wie viel du kriegst von mir einen Monat? Von mir kriegst du einen Monat. Wie viel sind es? Über 1.000 Euro? Also, wenn man logisch umrechnet, vielleicht 1.000. Och, und zeig mal die Schuhe. Zeig mal. Hier, Schuhe. Zeig mal. Micky Maus. Boah, die sind brutal. Wo hast du die gekauft? Bei Bailey's und Deals. Bei wo? Bei Bailey's und Deals. Ey, die sind krass, die Schuhe. Hey, hammerhart. Die sind besser aus als meine. Zack, zack, zack. Krass. Und guck mal, wie der lacht, dieser Micky Maus. Hammerhart. Ich bin gerade mit meinen zwei Bodyguards. Die zeigen euch gerne mal eure Waffen. Brenio, frei ver... Anfass uns, ihr haut euch doch. Und, äh, ja. Äh, und wir... Äh, wollen sie... Wegen meiner Auslage wollen sie mich in den Urhaft stecken, denn sie war vorne ungereimt seit dem... Schatz, ich hab dich rausgeschmissen, du bleibst jetzt zuhause, du bleibst jetzt draußen. Was? Ist egal, ich mach Schluss. Lass dein Gepäck draußen. Bist du blöd oder was? Nein, du lädst jetzt da draußen. Ich mach Schluss, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Fertig. Was? Bleib draußen, bist du mir fremdgegangen, ich weiß. Was? Was geht ab, Leute? Ruhe. Stop. Krieg. Wieso Krieg? Wieso Krieg? Du hast mich gerade gefickt. Die Dicke jetzt eigentlich will Krieg. Grapp, Leute, Moduzzi, sogar Taxifacher kommen von Aschaffenbruder hierher, um mich zu supporten, alle, ey. Besser Taxifacher ever, alle. Was geht, was geht. Korrek, Bruder, du feierst mich böse, ey. Du bist das Beste. Beste, Bruder, ey. Ich hab dir gesagt, ich mach fest. Und jetzt, besser? Kirchen. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Kennt das Viertel wie kein anderer. Hier beim Pupp. Ich bin, 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 ich bin. Ich lebe auf jeden Tag, nein, du kommst Hey, Goppel, der ist nid Leute fragen, Jesus, ey, wie war das so krass? Digga, super geil, ich hab 3 Jahre so verpasst Was ne Frage durch Spaß, das gar nicht so krass Ich mache, was man auf der Straße halt so macht Was los bei Alex? Wann kommt dein Album? Ich bin gerade in so einer richtig gefährlichen Gegend Die pinkeln sogar da hinten in der Straße Hör auf hier zu pinkeln Ich habe es gesehen Frankfurt Nein, hier sind so viele Menschen Siehst du mich, Schatz? Ja, Schatz Nur so kriege ich die Leute von meinen Eingang weg, Schatz Guck mal, siehst du die? Die versteckt sich gerade da, Schatz Ja, Leute, es ist soweit Morgen früh um 6 Uhr kommen die Nikes Air Max 101 raus Und die Warteliste von den Gästen ist schon sehr hoch Die Nikes bestellt Ich hoffe, die kommen raus Ich hoffe, keiner kriegt die von denen Peace Ja, Leute, der erste Streit ist jetzt gerade entstanden Es geht um die Nike-Schuhe 100 Air Max 101 Der flippt gerade aus Weil die Schülgröße in 39 gab es nicht Und Pech gehabt Ja, ja Es geht um die 말씀�st worst 1 I don't wanna rape yo, I just want the paper I don't wanna rape yo, I just want the paper Money with the money with the visa, capescha? Ich finne, ich kof, gheben, ich finne Eh, yo dick! Eh, wow! Ich schau, eh, eh, I'm not the police! Eh, police! Eh! Eh! I'm a Barbie girl in the Barbie world Blab in black, it's fantastic, you could die hell Ungress me everywhere, imagination, life is your creation Unten wird gerade Happy Hipposnack Werbung gedreht Das war Spaß, das war Spaß, bevor die mich noch anzeigt, Alter, diese Kröte Wirschafter Mohat Schreie vor dem Laufhaus gehört Auf dem Bürgersteig ein Mann, der seine Schmerzen wohl mit Gewalt bekämpfen will Nummer 3 So, ich machi MACH! Okay, ich mach noch Ich hab dir gesagt, ich mach fest Und jetzt? Dann schreit sie rum Normaler Mensch Okay, eins gegen eins, eins gegen eins Hallo Hey, Jungs, weiterlaufen Lauf mal weiter Schmeckt mein Tee nicht Also ich muss euch gleich den Botschafter erzählen Rumpelschäbchen sucht einen Fußballer Mit dem sie feste Beziehungen macht Melde euch bei mir Guckt, die hat Kapuze die wir auf jeden Fall einen Fußballer haben, der schon Geld hat, ja? Nein, der hat keinen Bauch. Der hat wirklich keinen Bauch. Der hat keinen Bauch, der hat keinen Bauch, der hat keinen Bauch, der hat keinen Bauch. Okay, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, der hat gewonnen. Der ist im Recall. Ja. Liebe Hexenkugel, was passiert nächstes Jahr mit mir? Was? Ich fick jeden seiner Mutter. Ja, aber das ist gut. Das ist gut.